Ich, äh, hier geht's doch nicht raus! Hä? Ich... Geht's hier raus? Hier geht's raus. Gott sei Dank. Ja, wat mach ich jetzt? Äh, wat essen, was trinken? Wat, uah, 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 uah. Ähm, ich hänge fett, ok. Hä? So, ok. Ja, wir müssen Häppchen trinken, Häppchen essen. Sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir machen können gerade. Haben wir da vielleicht was zu essen und zu trinken? Ne, ne. Schade. Di, 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 di. Na ja, gut. Wir haben ja eh nichts zu tun, ne? Oh. Oh. So, oh, Stufenaufstieg. Nice. Geil. Lalalalala dam 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 dam. Ein Häppchen trinken, na klar. So, wir haben wieder Respekt bekommen. Äh, was soll ich gerade noch machen? Jetzt hatte ich gerade noch ganz, eine ganz tolle Idee gerade, aber... Die kann so toll nicht gewesen sein. Ich hab's wieder vergessen. So. Na, kommen sie mal. So, die nehmen wir auch mit. Do we really need it? Uh, na, das nehmen wir euch. Auf jeden Fall. So. Mach mal gleich. Stufenaufstieg machen wir auch gleich. Warte, warte. Wo? Nö. Okay, lass mal gucken. Was nehmen wir da als nächstes mit? Eisenmagen, Verbrauchsgegenstände stillen, mehr Durst und... Weißt du was? Das mach ich mal. Wobei langsam... Braumeister würde ich vielleicht auch bald mal machen, ne? Stelle zwei Mixturen aus einem einzelnen Set Zutaten. Mh, hm, hm. Ich mach zuerst Eisenmagen. Das, das andere Ding mach ich das nächste Mal. In der Reihenfolge. Dann müssen wir nicht so viel essen und so, naja, weiß schon Bescheid. So. So. So, bitteschön. Naja, sag mal, Rohstoffe, ich weiß nicht genau... Ich weiß nicht genau, warum. Kann man halt immer mal brauchen, aber... Eigentlich würde ich dir was zu essen sammeln. 15 Uhr. Bisschen Zeit zu totschlagen geht der. Oha. So, hallo. Oh, ne, ne. Oh, mhm. Eine verdorbene Zwiebel. My favorite. Und noch ein alter Apfelbutzen. Oh, lecker. Und noch eine Orange. Bringt nur geringfügig was. Naja, leider nix. Schade. Hier waren wir schonmal, glaub ich, ne? Für natürlich frischem Atem, aber... Ja, oh ja. Oh, hey. Oha. Oha. Na, dat nehm ich mit. Nein! Das nehm ich... Nimmst du auch mal mit. Jetzt aber... Oh, Gott sei Dank. Das ist bestimmt irgendwas für Elektroschock. Natti, schlaf schön. Gute Nachts, schlaf schön. Und schön, dass du mal wieder da warst. Bis hoffentlich bald mal wieder irgendwann. Immer wieder schön. Schlaflose Begleitung, ach du. Ach du, alte Gurke. Manche Dinge erinnern sich wirklich nicht, wa? Ich stell mir jetzt immer einen Wecker auf 13 Uhr. Das funktioniert... ...okayisch. Oh weia. Ähm. So. Oh. Das geht leider nicht. Oh nein, die Mücke ist immer noch da, ne? Hier flog grad irgendwas Fettes rum. Ich war's nicht. So, 17 Uhr. Immer noch nix zu essen gefunden. Da hinten ist ein Buffet. Einfach wieder. Ein leckeres Buffet. Hmmm. Weg damit. Weg damit. Nein, hab ich bereits. Oh Mann. Oh, oh nice. Oh nice. Den haben wir uns aber auch verdient. Wenn ich ehrlich bin. So, hier. Weg damit. Schritt. Mäh. Okay. Badam, badam, bam, bam. Badam, badam, bam, bam. So, hier ist wieder Sackgasse. Ich geh wieder außen rum. Was mach ich jetzt bis 22 Uhr? Ist das 18 Uhr? Was find ich immer furchtbar. Mit so Quests zu holen, wo du bestimmt die Uhrzeit wieder kommen musst und du kannst dich, du kannst halt nix machen. Brenn. Hm. Na, hier. Gar nix. Ich schau mich aber nur ganz sinnlos um, ne? Einfach nur damit ich die Zeit, damit ich die Zeit tot schlage. Hier waren wir offenbar schon mal. Oh, aber nicht richtig. Hallo. Geil. Geile Scheiße. Oh nice. So, 19 Uhr. Können gleich zurückgehen. Noch mal schnell gucken. Naja, ich tu mal mit rein. Für später. Den Deckel nehm ich nicht mit. Aber ein Getränk, warum nicht? So, dann gucken wir mal. Dadam, dadam. Mhm, mhm. So. Na gut. Na gut, na gut. Hier. Oh. Als ob wir schon 26 Federn gefunden haben. Da ist 27 mein ich. Als ob. Wie lange spielen wir denn schon? Wie länger? Ich dachte. So, komm ich hier hoch? Ja, über Bande. Wie komm ich denn hier hoch? Ja, okay. Wie komm ich da? Ja, okay. Okay, cool. Cool, cool. Ja, mhm. Warum bemühe ich mich überhaupt? Warum bemühe ich mich überhaupt? So. Wir müssten eigentlich auch hier sein, ne? Okay, falsche Seite der Halle. Äh, wie komm ich denn jetzt außen rum? Da-dam-ba-dam-bam-bam-bam. Ne. Das ist das Falsche. Oh Mann, da stehen... Oh. Okay, es ist 22 Uhr, aber das kann man auch schnell machen, hoffe ich. Was ist denn der Kollege? Achta! Da. Jetzt muss der wieder außen rum rennen. Oh, der Arme. Hä? Ich mein, der muss ja nicht, ne? Wir kriegen ein Sofa, nice. So, kommt der bitte mal. Muss ich jetzt zu ihm? Ah. Ciao. So. Cool. Noch eine Blaupreise für ein geiles Sofa. 16 von 19 Blaupausen. Heilige Scheiße. Also Blaupausen-technisch... Sind wir gut am Start. Okay, wir müssen hier dann. Äh, es war die Halle da vorne, ne? Diese da. Okay, warte. So. Oh, mein Hintern tut langsam weh. So, warte. Jetzt, äh, hier einmal durch, einmal durch, einmal durch. Gleich sind wir da. Ah, okay. Jetzt aber. Boaah. So, es ist Nacht. So, was jetzt? What the... Another Hobo-Sign appeared aus nichts! It says I went this way. Those glowing arrows will lead us to the escaped experiment hideout. No time to lose. If they only appear at night, they'll probably disappear at the first sign of daylight. Ich ging dort entlang, warum der Kreis? Warum dann der Kreis? So, natürlich hier raus, klar. Äh, dort entlang. Da hinten. Hier. Ja, und dann. Und dann und dann. Hier lang, okay. Oh shit. Die greifen uns wieder an. Habe ich für nicht Bock drauf. So, Bäm. So. So. So, okay. Ähm. Weiter. Die Straße hier runter wär's gewesen, ne? Da ist der Nächste. Da ist... Ja. Das müssen dann theoretisch hier die Treppen hoch sein. Hoffe ich. Da hinten. Dann hier über die Brücke wahrscheinlich. Der könnte ruhig ein paar mehr Pfeile springen lassen. Ich bin unsicher. Geht's... Ist das jetzt hier lang? Bin ich komplett falsch? Hier ist nix mehr, ne? Ich geh noch mal zurück. Shit. Shit. Shit, 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 shit. Und das wird langs am Tag. Aber was soll's denn sonst weitergehen? Ach! Wir wissen noch, wo's weitergeht. Wir haben das Endzeichen schon gefunden. Wir haben das Endzeichen auch schon gefunden. Wir wissen's doch. Doof. Es war natürlich, äh, gleich hier die Tür. Wo waren die? Ach da. Genau, genau, genau. Genau hier. Haben wir doch schon längst gefunden. Last word. Ähm... W-Wa? Wrong. Ähm... 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 Wrong again. I'll give you one more chance. Ähm... 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 Wait. You're a victim of evil way experiments, aren't you? Ähm... Father said you might come. Ähm... Come in, brother. Surprised? We are rats. We are radical. We are radioactive. We... Are... Rats. Wir sind ein bisschen geil. Got it memorised? Good. Because it is also our password. Use it next time. Come. Father is waiting for you. Mhm. Ist euer Vater ne Schildkröte? Oh, schönes Haus. Es ist wirklich Master Splinter. Es ist original Master Splinter. Alles klar. Tschüss. Excuse my children. We've been trapped in the evil way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside world again. Wait. You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s. Yes. And now we're back. And we want our revenge. I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. You'll be the one we need. Unlike us, you can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy. The evil way. With your pigeons and my children, we will take back what is ours. Let me tell you about my master plan. The evil way is used. An infernal machine to change our minds and bodies. My children discovered that it is currently hidden in the basement under their headquarters. If we want to bring everything back to normal, we'll need to get our paws on it. In order to do so, we need three things. First, we need a way to access the evil way HQ. Second, we need a way to get any security and personnel away from the machine so we can snatch it. Lastly, the machine itself is huge and heavy. So we need a way to transport it to our base. Luckily, I found a solution to the first problem. There is a certain police officer who agreed to get us inside if we can help her out first. We can't do this alone though. We need a day walker for this. That means you. Please, take care of it while I plan our next step. Trixie, escort your new brother out and tell him where to go next. Come on, big boy. I'll mark where to find the lady Popo on your map. Frau Popo. Ich muss Frau Popo finden. Triff dich mit Kommissarin Alex. Was, 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 was passiert denn hier alles? Ist das eine Tür hier? Was ist das für ein Spiel? Komm mal nicht hoch. Hä? Hä? Aber das war doch gerade alles noch normal. Zusammenfassung ist, äh, wir müssen Dinge tun. Die wollen Rache und wir müssen für die jetzt Dinge erledigen, wie zum Beispiel uns mit der Kommissarin treffen. Äh, wir haben einfach eine Liste von Aufgaben bekommen. Mehr nicht. Ist doch eine coole Base, ne? Da kommt auch nicht jeder rein. Ist irgendwie nice. Und Pizzakartons natürlich. Natürlich die Pizzakartons. Wundert mich, dass da nicht drei Turtles sind. Na gut. Ah, okay. Ah, okay. Das ist cool. Ähm. Die Kartons hier nehm ich nochmal mit. So. Wumpo. Wumpo. Wo waren die Kartons? Jo, let's go. Toll. So. Puh. Let's go. Weiter geht's. Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Ich glaube, so ähnlich wie das Haus bei den Ratten sieht dann unser Haus auch aus, ne? Wenn wir fertig sind. Wenn wir irgendwann mal durch sind. Ach, okay. Da oben ist ja der Respekt. Weißt du was? Wir brauchen bald zwei, wir brauchen bald eigentlich keinen Respekt mehr. Wir haben so viel Street Credibility inzwischen. Hm. Können direkt ein Rap-Album machen. Ja. 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 Da oben ist ein CS. terzi-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den Odai. So Kommissarin Alex. Weißt du was? Ich mach das direkt. Ich mach das einfach direkt, weil warum nicht. Hä? Hä? Wir sind im Bahnhof? Das ist irgendwie cool. Der kommt doch schon noch raus, keine Sorge. Okay, Polizisten haben wir hier gerade nicht, die hier reingucken können. Gut. Ah, lecker, 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 lecker. Kann ich beim Ticketautomaten was? Ne, ne? Ne, okay. Oh, Entschuldigung. Dach Officer. So, prima. Wo müssen wir eigentlich hin? Äh, irgendwo da in die Richtung? Nein, lass mich mit dein Eiscreme in Ruhe, Dick. Ich will die aber nicht. Doggy-Style-Pet-Barber. So. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen gleich. Ach, hier ist die Police. Fuck die Police! Fuck die Police! Was? Ist das die Kommissare, mit der wir uns treffen sollen? Das ist Kommissarin Alex? Oh, okay. Oh, okay. Und ich kann mich helfen. So, ich kann die kleine Mose in Ruhe. Mhm. Es gibt einige geroe Leute, die da draußen. Die wirklich geroe Leute. Mhm. Die denken die Polizei nicht zu den? Mhm. Aber ich kann. Mhm. 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 Ich werde sie zu den. Und ich werde sie zu den. Und ich werde sie zu den. Mit Ihrer Hilfe, natürlich. Okay. Mhm. 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 Okay, cool. Äh, das, äh, ja. Der hat ein Tier am Abreißen lassen, um da ein Casino hinzubauen. Weiß ihr was? Den holen wir uns. Den holen wir uns. Vanillismus. Wo man mit muss. Äh, ganz kurz. Hier gibt's wieder, äh, aber das... Ja, okay. Es gab wieder rote Punkte, aber das sind die üblichen Verdächtigen. Da gehe ich dir mal ganz kurz den, äh... Den Casino-Kollegen holen. So, der soll hier sein, irgendwo. Sehe ich das richtig? Oh. Oh, wie ich einfach liebe Leute zu sehen, die unter mir arbeiten. Okay. Wait. What's going on down there? Oh, I hate bombs. Take him out, boys, or I'll cancel all of your visas. Was? Okay, pal. I'll wait for you down here. Go and take care of that asshole. Boah, die roten Punkte, ihr seht das nicht, aber die ganze Map ist rot bei mir gerade. Ufzala, okay. Äh, wir müssen nach oben, ne? Wo war denn die Treppe hoch? Wo war hier die Treppe hoch? Wo ging's hier nach oben? Dort ist ja die Treppe hoch. Ich hab euch nicht belogen. Oh. Boah, Junge! ? Warum so aggressiv? Mach ich so seriös. Das geht mal fett XP, ne? Wollte ich auch mal sagen. So, ab auf den Bau. Da kommt der Nächste. Mist. Ciao. Tut mir leid für dein Visa. Steht er wieder auf? Zwei Tauben reichen? Okay. Hat noch keine Chance, das herauszufinden. Ich gehe nicht die Leiter hoch, weil wir müssen ein bisschen Vorschläger sein diesmal, ne? Der lebt bestimmt noch. So, ich glaube, hier ist immer wieder Ruhe. Sicher ist sicher. Lieber nochmal gucken. Okay. Be very, very quiet. Nice. So, warte. Den, 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 den. Was macht denn er da hinten? Nicht mehr viel. Oh, auch schön. So, wird das, es lichtet sich ein bisschen lang, hier langsam, auf der, auf der Mini-Map. Vorsitz halber. Oh, Alter, ist der gerade runtergeflogen? Äh, ich habe leider kein Bier mit. Ich kann kein Bier benutzen, leider. Ich würde gerne, ich würde gerne alle Arten rülpsen hier und so, aber geht leider nicht. Und ich brauche ein bisschen Übung damit. Das ist mir gerade ein bisschen zu risky hier. Hey. So. Ich glaube, das hat sich bald erledigt. Ich habe powerful friends. You hear me? Get away from me, you dirty pig. The police are on their way. We have no time to lose. Jump! So, und dann hier, ähm, haben wir den jetzt? Oh, das geht sogar. Okay, cool. Dann, äh, ab geht's. Wo müssen wir lang? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hauptsache, ist mal weg. Kommissarin Alex, wo war die denn nochmal? Warte. Keine Police hier. Haben wir hinbekommen. Cool. Easy. Hä, super einfach. Weil wir so gut sind einfach. Warum sind wir denn so gut? Das ist ja furchtbar, wie gut wir sind. Ja, 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 ja. So. Ich fahr mit meinem Cabo hier auch ein bisschen spazieren, ne? Mit meinem Politikerfreund. Ich habe sehr einflussreiche Freunde hier, wie man sieht. So. Witsch, witsch, witsch. Talentpunkte mach ich gleich. Ich will erst mal abgeben. So, warte, warte, warte. Hier links rein, glaube ich, gleich. Das stört die Polizei aber nicht, wenn ich so rumkurve mit so einem Kollegen hier. Hallo. Ja, da komm ich ja direkt vorbei. So, aber erstmal C Krankenversicherung, du verlierst weniger Geld Braumeister, das wollte ich mitnehmen, ne, für nächstes Mal Erhöht Karls Geschwindigkeit Ich nehme erstmal das hier mit Den quetsch die noch dazwischen So, äh, cool Hast du noch was? Ne? Ja, 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 ja Ja, 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 ja! Bis zum nächsten Mal.